Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ja, ich zeige euch heute Cactus Cowboy Desert Warfare und das ist der Nachfolger von Cactus Cowboy Plants at War und ja, das Game ist von einem deutschen Entwickler Cactus VR Studios, dem Gregor und vorab, der hat ja was richtig geiles entwickelt, muss man einfach sagen. Lasst euch bloß nicht von dieser minimalistischen Pixelgrafik irgendwie einschüchtern, man sieht sogar, die Wolken sind pixelig, aber das passt einfach haargenau in dieses Game rein und ja, einfach klasse, das Game erscheint am 9, ach 9, am 2. November, wird 14,99 Euro kosten, ich spiele jetzt hier die PSVR 2 Version, erscheint aber auch auf der Quest und auf Steam und ja, ich habe bereits ein bisschen reingeschaut. Es soll jetzt hier so eine Art Longplay geben, das heißt, ich werde jetzt hier einiges vom Spiel zeigen und danach wird es nochmal entweder weitere Videos geben oder einen Livestream oder mehrere Livestreams, bis ich das Game hier zu Ende gespielt habe. Und ja, gerne mal unter die Kommentare damit, ja, wollt ihr gerne mehr Livestream sehen oder ja, hättet ihr gerne Videos. Gerne mal reinpacken damit und gehen wir mal ganz kurz in die Optionen rein und schaue ich euch das mal mit euch gemeinsam an. Also, wir haben hier die Holsterposition, da können wir uns genau anpassen, wo der Holster jetzt sein soll und das kann man sich dann so anpassen, wie es am besten für einen dann halt passt und auch die Höhe kann hier schön angepasst werden, richtig gut. Dann haben wir einen Catch-Assistenten, das funktioniert wie bei Half-Life Alyx, dass ich mit der Grifftaste ziehe und das kommt mir dann entgegen geflogen, also einfach perfekt, richtig geil umgesetzt, zeige ich euch gleich nochmal und ja, Motion Intense Levels lasse ich aktiv, ich weiß nicht, was dann passiert, wenn man es wegschaltet. Dann Sticky Gun Front, bin ich mir jetzt nicht sicher, Sticky Gun. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall jetzt weg. Kleiner, ah, okay, da haben wir es wieder. Ja, Catch-Assistenten, dann haben wir Helga Auto Heal, also Helga ist eine Pflanze, die steht immer an verschiedenen Positionen und wenn wir gerade mal ein bisschen down sind, können wir da hingehen und die heilt uns dann wieder. Und ja, hier kann man Easy Reload machen, ich spiele lieber auf Normal Reload, also Manuelles Reload. Das kann jeder Hand haben, die er am liebsten möchte. Dann haben wir hier das Movement, ich lasse einfach mal Snap Turn aktiv. Dann haben wir hier die Fixed Height Mode, Left Hand Mode, also für alle Lefties da draußen, die Linkshänder und Off-Hand Movement ist, ob ich jetzt mit dem Headset nach vorne gucke oder mit den Händen. Das muss ich gleich mal schauen, wie es jetzt aktiv ist. Und ja, hier haben wir die ganzen Controller Sachen, was man wo machen kann. Also wir können springen, wir können uns ducken, Movement ist natürlich ganz normal. Und ja, schauen wir dann mal rein. Dann, adaptive Trigger kann man hier aktivieren, deaktivieren, ich lasse die, weil es einfach cool ist. Headset Vibration, also hier oben rumpelt das schon ganz gut, ganz ordentlich. Und dann kommen wir zu den Audioeinstellungen. Wir haben hier einmal Master Volume, kann man sich einstellen. Und das werden wahrscheinlich die Soundeffekte, nee, das ist die Musik. Und dann haben wir hier Subtitles, Show Grab Indicators, also dass man wirklich was sieht, dass man was aufheben kann. Die Subtitles, die sind aktuell nur in Englisch. Es ist eventuell geplant, das Ganze auch in Deutsch zu verpacken oder in anderen Sprachen. Ja, da ist der Entwickler noch nicht ganz klar, wann das dann stattfindet, weil es ist sehr zeitintensiv, so etwas umzusetzen. Und ja, ich kann nur sagen, unterstützt den Entwickler hier. Er hat hier richtig was Geiles gebaut. Aber jetzt gehen wir mal ins Game und dann zeige ich euch mal ein bisschen Gameplay hier, würde ich mal sagen. Wir wollen natürlich die Full Experience, Show Me the Full Game, New Game, Normal Mode. Let's go! Für alle, die sich wundern, ich spiele hier mit dem Rifle für die PSVR 2, also Rifle Casual. Und in der Beschreibung packe ich alles rein. Mein Name ist General Cacti. Cacti. Ich schreibe dich durch die básischen Mechaniken. Also hör auf, wenn du schon noch nicht spielst. Falls du genug fühlst, fühlst du einfach in meinem Helikopter. I cannot legally force you to undergo the training. Let's start with the basics. You can use the left stick to move around or right stick when you are left handed. Also, Tutorial. Ich gehe einfach weiter. Habe ich. So, habe ich alles schon mal gemacht. Und das sieht so geil aus in VR. Auch mit der PSVR 2 jetzt hier. Echt toll gemacht. Gefällt mir umso vieles besser als der erste Teil. Muss ich ganz klar zugeben. Aber, ja, ist halt auch sein zweites großes Projekt jetzt. Und man sieht, dass es hier viel, viel besser geworden ist. So, ja, scheinbar sind wir Bauarbeiter. Okay, der Helm ist weg. Kann man den Helm nochmal aufziehen? Na, okay. Ah, guten Morgen, Paul. Seems you were running a little late today. Carl Cactus is already waiting for you. Seems like there's an issue with the excavator. Hi. Get out of my office. Also, hier haben wir irgendwelche Ausgrabungsstätten, würde ich mal sagen. Okay, wir sollen ihm helfen, irgendwelche Steine wegzumachen. Okay. Das ist gut für traurige Pläne wie uns. Wenn du willst, sagst du guten Morgen zu unseren Körpers. Ich sehe dich in der Excavage. Ich werde sicher nicht das alles alleine machen. Ich sehe dich da! Entschuldigung, du kannst nicht in die Excavage. Okay. Okay, da kann ich nicht rein. Ach guck mal, hier habe ich ein paar kleine Pumper. Komm! Na komm! Komm, komm, komm! Komm! Oh, noch mal einen. Klappt echt gut mit dem Sunstick. Kann man runter gehen, dann duckt man sich direkt. Guck mal, die suchen hier was. Guck mal, die haben hier irgendwelche Knochen ausgegraben. Weitermachen. Musik ist auch passend. Gefällt mir. Habt ihr gehört, jemand hat einen Dildo in eine der Schwerpunkte? Was hat der Dildo? Ich wundere, was anderes wir hier finden. Unter dem Sand. Schau an. Guck mal. Irgendwas zum Vermessen. Kann man das benutzen? Nein. Mit einer Kippe an der Tankstelle ist natürlich echt nicht schlecht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu unserem Kollegen da. Was ist das? Ich dachte, du warst ein Veganer. Ja, aber nur mit meiner Schwester. Kaktus ist ein Veganer. Guck mal, da steht der Kollege. Jetzt, dass du hier bist. Hier. Let's grab a picket. Okay. Yes. We smashed some rocks. Ah, das zeig ich euch jetzt. Hier. Geil, oder? Da. Jetzt brauchst du deine Hilfe. Oh, das ist cool. Das gefällt mir. Und ihr seht, kommt immer die Umrandung, wenn man sowas machen kann. Kann man ausschalten, muss man aber nicht. Na komm. What inside? Just maybe we discovered the legendary resurrection Sarcophagus. You know. The one that can back the dead. The only the really evil one. Ah, eine Höhle. Eine Höhle. Wow. Das ist cool. Kann ich den aufmachen? Nein. Oh, da oben geht was ab. Hey Paul. Do you hear that? Ja. Jetzt haben wir das als einzige. Und zwar. Hm. Oh, da kommt. Da kommt. Ich kann nicht mehr zu sagen, dass du die Tum für uns öffnest. Guck mal, wie die aussieht. Haha. Gabriella. Ja. 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 Ich weißlich. Hey Violet. Ja. Na. Staring Cactus Cowboy in Echt cool was hier auf der Straße alles Da sind ein paar Häuser Dann hat man da diese Bohrtürme oder Wasser Zum Wasser fördern Ich weiß gar nicht was jetzt sein soll Ich denke mal Öl oder? Cactus Cowboy, Desert Warfare Geile Idee Okay All right, thanks for dropping us off Me and my gun is ready for some action Radio OS if you need a lift We'll be in the area We will Hey Cowboy Don't you miss your gun Ja Here Catch Oh yes Cuisine Leute Good luck Keep your eyes peeled for enemy activator So einfach über Kisten rüber gehen Wenn man Munition braucht So einfach über Kisten rüber gehen Wenn man Munition braucht So einfach über Kisten rüber gehen Oh die haben uns Auf jeden Fall erwischt gerade Das Blöde Das Blöde dürfte nicht sein, dass er da durchschießen kann Ich weiß nicht, ob das die ganze Zeit so ist Was Ah, das ist ein Haus Ah, das ist ein Haus Was sagst du? Wir waren bereits unter Feuer Ich muss die Zivilgesamte informieren Oh Die haben dich erwischt, Jungs Ah, guck mal, das klappt auch mit dem Geld Überrascht So gehen wir mal eine Etage höher Ah, guck mal hier Noch eine zweite Also ihr könnt auch die ganz normal so nehmen Und mit dem Geld könnt ihr Upgrades für die Waffen kaufen Das werden wir dann gleich noch sehen Ah, guck mal Aber so ist natürlich viel interessanter das so zu machen Auf jeden Fall cooler Ach, guck mal Jetzt kann ich euch auch Helga vorstellen Wir haben 86 Prozent Danke Helga Was würden wir ohne dich machen So Wir könnten auch jetzt hier hochklettern Ich meine, das haben wir schon gemacht Aber Klappt auch echt super So, jetzt gehen wir mal weiter Wo, wo, wo Also mit dem Red Dog ist schon nice, muss ich sagen Ich dachte gerade kommt noch einer, aber da war nur sein Kopf Kannst du den hier wegkicken? Ne, das wär noch nice, ne? Was ist das denn? Oh, der Volk Oh, der Volk 11 Schüsse hab ich noch von 30 in dem Magazin jetzt Okay Okay Hammer 2 nützt uns natürlich nichts, ne? Ich weiß, sie hatten Spiele da oben und die Kakti-Armee Nichtsdestotrotz Ich habe keine Ahnung, was sie gefunden haben Das wäre so wichtig So, MG-Amo Da ist Helga nochmal Ja, komm ne Was können wir noch mitnehmen Wir können auch gleich mal versuchen mit den Pistolen zu schießen Okay, kommt ein Helikopter, das machen wir am besten nicht mit dem Ich werde euch auch mal sagen Ich habe mir gedacht, dass wir heute heute Holy shit Direkt es Hey Roger Morris, ich denke der Chopper ist nach vorne Du kannst von der Kau-Boy, dass er nicht zu verhören kann Überraschtung von der Spiele Geh zu den Chopper So, gehen wir erstmal hier lang Bevor wir zum Chopper gehen Und da ist auch wieder Helga wir haben 100 Prozent und dann kann ich euch auch mal den Shop zeigen. Ihr könnt hier die Waffen hinlegen. Hier haben wir 210. Dann haben wir hier Scopes. Ich habe jetzt dieses hier. Dann haben wir noch eins. Quickside, Needle Rush. Auf jeden Fall haben wir dann noch Laser, Silencer. Da habe ich jetzt den kleinen drauf. Könnten wir auch den großen drauf machen eigentlich. Frontgriff 220. Können wir nicht nehmen. Dann haben wir auch noch Skins. Die sind nicht so teuer, aber wir nehmen jetzt erstmal den größten Silencer, den wir haben. Den hier. Das ist doch mal was, oder? Das ist cool. Geführt mir. Dann gehen wir jetzt mal zum Chopper, zum Heli. Lichtreflexe, Reflexion sind auch echt cool. Oder was heißt Reflexion, aber auf jeden Fall, wie das da so runterscheint und dann mit dem Staub. Sieht cool aus. Das werden noch cool. Zack, mit den Pistolen wären das geil. So. Nehmen wir aber lieber mal das Gewehr. Ich weiß, was hier noch kommt. Auch da hinten. Oh, der hat mich aber gut getroffen. So, gehen wir hier mal hin. Oh. Habe ich doch. Silencer. So. Oh, die Hammer. Ach, hier haben wir wieder dann den Chopper. Wir haben ja. Komm, wir nehmen einfach mal einen anderen Skin, den wir jetzt bezahlen können. 20 kostet der. 50 kostet der. Der sieht cool aus. Das ist ein bisschen mehr Geld, da hätte ich mal ein anderes Scope noch gerollt. Wir haben. Wir haben. Die Bugs haben gerade die Excavation-Site und hat alle gebeten. Einfach ein Bisschen ist. Ich habe gehört, die Radiotattern, dass sie im Gaktus-Welt werden, und dass sie eine sehr gefährliche von der Site hier rauskriegen. Wie viele sind sie? Ich weiß nicht. Ich habe es gar nicht. Aber es sieht, dass sie gefunden, was sie für eine Schöne zu finden und sind jetzt. Ich glaube, wir sprechen über 15 Nivelly-Armed Bug-Soldier. 15. Ich werde sie für Frühstück essen. Wir sollten vorsichtig sein und versuchen, so nah wie möglich die Situation zu beobachten. Ich fress dich zum Frühstück. Ich habe fast vergessen. Es war diese Frau, und ich ging in eine Kabe, die wir gerade gefunden haben. Aber ich sah sie nicht, sie zu verlassen. Ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Okay, Leute. Mal sehen, was wir tun können. Okay. Schauen wir mal. Herr, sie sind bereit zu verlassen. Bleiben Sie hier. Wir werden das tun. Sie haben uns gesehen. Take cover, Jungs! Das könnte es schmerzen. Roger und Schutte nehmen die Fahrzeuge. Cowboy und ich werden alle, was sie tun! Oh, hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer Torch. Was ist noch einer? Da! Ha! Dammit! They killed Johnny! Johnny! Wo haben wir wieder 30 Magazine? Schauen wir uns mal ein bisschen um. Wir looten und die bluten. Kleiner Flachwitz. Ach, da ist auch Helga. Danke Helga, wir kommen gleich zu dir. Definitiv kommen wir zu dir. Definitiv kommen wir zu dir. So. Weil man sich schon gleich irgendwann mal was Gutes gönnen kann für die Waffen. Sollte man das auch machen. Heigai, heil mich! Ach, das ist die Ausgrabungsstätte! Ach, das ist die Ausgrabungsstätte! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Ich würde besser starten, zu schauen, für den Rämonen von diesem Rämoner. Ich habe es gefunden. Das hört... Oh! Holy shit! Was ist das Ding? Das hell! Das hört... Das sieht nicht so gut aus. Das hell! Cowboy! Hier zieht den Rämonen und ich werde den Rämoner holen. Und ich werde den Rämonen runterladen. Let's take it down! Also hier durchgucken kann man natürlich. Aber macht mit dem Laser wahrscheinlich mehr Sinn. Wow! Take it down Cowboy! Keep on fighting! Guck mal, der leg da immer schön nach. Komm, schneller! It's emerging from the right! We literally got it by the ball! Oh, oh 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 I got it! Oh, oh mein Gott! It's coming from the hill. Yes! Oh, da, da müssen wir auch schnell weg hier. Der kommt noch. Die Augen. Den ist er auch erwischt. So, ist die eine Waffe jetzt wieder da? Ja, guck mal. So, dann gehen wir mal schauen. Kann man die behalten auf jeden Fall. Die kann man ja erst mal so sich nehmen. Guck mal, da kann man ja eben nicht rein. Schön in meiner Tasche. So, jetzt looten wir erst mal hier ein bisschen. Okay, kann man die auch dann wieder aufheben? In der Magazine geht es scheinbar nicht. So, was haben wir denn hier? Das ist aber ein bisschen nervig. So, jetzt hatten wir gerade auch eine Pistole hier, aber die ist jetzt schon weggepackt. Okay, hier ist wieder eine. Aber wir haben ja Pistolen, haben wir ja ohne Ende. Zwei Stück, das reicht. Mehr brauchen wir auch nicht. Okay. Was ist ein Massaker? Hallo. Ist jemand noch immer wieder? Oh, das ist der Punkt. Ground Patrol, sehen wir, ob du mehr Informationen über diesen Anfassenden bekommst. Und dann reporten Sie so schnell wie bei Base North Pole Alpha. Sie haben untertitelt, aber ich kann sie mit dem Radio erreichen. Aber ich kann Ihnen jetzt einen Chopper-Ride geben. Wir brauchen alle Fortschritte. Was ist der Kommandant? Wir gehen durch die Kakti-Desert-Mountains. Du hast den Kommandant. Wir sehen, ob wir in dieser Kaffee finden können. Okay. Alle abgeschlachtet. Na, guck mal. Guck mal, hier kann man da auch mal. Scopes. Flash Relax. Was ist das? Reflex. Schauen wir mal. So. So, haben wir den. Silencer noch. Die sind immer sehr teuer scheinbar, die Griffe, aber gut. So, komm zurück, wenn du mehr Sachen brauchst. Das ist auch kein schlechtes Visier. Gefällt mir. So, dann werden wir versuchen, in die Höhle reinzukommen. So, guck mal. Oh, guck mal. Da ist wieder Geld. Ach, guck mal, wie süß. Was für ein kleines Vieh ist. Was für ein kleines Vieh ist. Da hinten liegt noch Geld. Da holen wir uns noch. Ich finde es auch cool, dass man nicht alleine rumläuft, sondern auch ein bisschen Hilfe hat. Kakti-Constructions sind das. Die Kaktis. Wollen wir in die Schaufel reinschauen? Nix. So, mal gucken, was uns jetzt in der Höhle da erwartet. Okay, die kommen wir jetzt mit. Diese Schmerzen. Sie haben keine Chance. Herr, du bist okay? Wir versuchen wir die Röcke. Keine Chance. Cowboy, sehen wir, ob ein anderes Exit aus dieser Kauve. Die Böden müssen auch irgendwo rausgehen. Ja, wir treffen uns in Base North Pole Alpha. Wir müssen uns den Weg alleine durchbahnen. Sind die das hier vom Prolog? Reste in Peace. Okay, da ist nichts mehr drin. Gucken, was noch hier passiert. Das ist doch mal geil. Trapped. Also, wir sind gefangen. Das ist geil. Gefällt mir. Jetzt weiß man natürlich nicht. Jetzt weiß man nicht, wann die kommt. Ja, da traut man richtig rein, das Ding. Ich springe immer erst, bevor ich das Magazin rauswerfe. Ja, da verzieht kaum. Das ist der MG, das ist cool. Aber hat natürlich auch nicht so viel Bums. Ich hab's Geld gesehen. Na guck mal. Da kann ich da rüber zu gehen, ey. Da mal hier. Okay, kann ich. Wie kann man die denn? Ach geil. Ja, gut. Das ist doch perfekt, oder? Komm, mach Licht. Dann geben wir die Licht. Ah, von da haben die uns grad beschossen, oder? Hier liegen überall Arme. Ja. Okay. Macht euch Bock mit dem Rifle? Schau mal hier. Hier haben wir ja noch was. Oder? Nee. Okay. 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 Das ist doch schon mal gut. SMG Amo haben wir da hinten. Jetzt gehen wir mal Helga aufsuchen. Helga ist die Beste. So, jetzt packen wir das mal. Und schauen mal, dass wir uns... Ehm, ein anderes Scope noch drauf machen. Varel Kakti-Holo. Das könnte ein bisschen weiter... ...gehen, ne? Ah, guck mal hier. Marksman. Ah, wir kriegen bestimmt nachher auch noch. Na komm. Wir probieren's einfach mal. Marksman. Ah, geil. Guck mal, da hinten ist er. Cool. Ja, dann haben wir die für... für weit und natürlich kann man da auch so mitschießen. Und die haben wir für nah, wenn's mal richtig losgeht. Okay. Auf Wiedersehen, Lokatis. Ein bisschen noch umsuchen. Geld brauchen wir alle, ne? Okay. Auf. Ach, okay. Alter, wo's dunkel ist, kann man nicht so wirklich... Spinnen, die schießen? Okay. Komm. Komm, Junge, ist mir ein bisschen zu dunkel. Also, Arachnophobie darf man hier jetzt nicht haben. Arachnophobie? So war's, ne? Ich wundere, woher diese Kabe ist. Hoffentlich nicht hinter der Anwesenheit. Welchen Ort müssen wir gehen? Also, Pistole anhangen auf dem Weg. Links oder rechts? Da sieht's aus, als es direkt rausgeht, ne? Da gehen wir noch ein bisschen in die Höhle. Ne, da geht's auch raus. Komm, wir gehen rechts. Rechts herum und los geht's. Ihr Geschichte endet hier. Richtig! Es gibt noch einen anderen Weg. Halt! Dann gehen wir nach links. Links lang. Jetzt sah gerade so aus, dass es hier direkt wieder lang geht, also rausgeht. Aber dann doch nicht. Okay. Heiger ist auch da. Wenn du unsere Gäste bekommst, die Chance zu retten, die wir in der Welt verletzen. Ich hoffe, dass sie die Ego-Wieser nicht verletzt. Du hast ihn verletzt. Lass mich dich verletzen. Aber ich wollte erst mal da landen und gucken. Kommt der Kollege? Hier ist zu, okay. Können wir da hinten schon mal was scopen? Nein. Sehr was wenden, wenn es hell ist. Okay, warte mal. So. Was ist das Geld? Okay. Die kombinieren jetzt hier überall her. Oh. Das war fast klar, dass sie uns hier so überraschen. Guck mal, kann man da nachher landen? Stimmt, ne? Nice, hat geklappt. Ring, ring. Ring, ring. Got the spinner? Auch wieder. Wäre cool, wenn die auch noch so ein bisschen mehr Ragdoll hätten. So, falls man schnell geschossen werden muss, kann man das auch mit der Pistole machen eigentlich. So, wir sollen C4 finden, das haben wir jetzt hier. Guck mal, jetzt können wir da auch mal ein bisschen. Scopes? Silencer? 70. Grips? Haben wir natürlich nicht, aber Skin? Das Schalke-Fan muss blau-weiß sein, ne? Laserside 500 ist uns jetzt zu teuer. Guck mal, jetzt haben wir dich aber schon mal angepasst. Ähm... Was können wir hier noch? Griff war zu teuer, ne? 220, wir haben 135, ne? Okay. Wir sind erstmal glücklich, ne? Das Explosive Charge soll das machen. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, ich habe immer mit Firecrackern gespielt. Aber das ist ein ganz neues Level. Oh, boom! Okay. Was ist denn? Ach! Deine Ernst? So, Munition. Oh! Ich denke, dass wir jetzt klettern müssen, oder? Lass uns erstmal hier. Okay. Okay. Step aside! That plant incoming! Damn! The torch went out! Hopefully the bugs left enough light for us. Oh! Oh! You pillow fuckers! I'm surprised you made it this far! Hey, sweet heart! Remember me? We still got a bone to pick! You don't even have bones! Our master's back from the dead, and your kind will suffer! Big words! Come down here, and tell me more about it! Well, you're here for trouble. I gonna give you trouble. Spires! Get them and let this cave be their green yard! Bring it on, Sweeney! Bring it on, Sweeney! You're here for trouble! 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 was ist denn lieber harry potter hier doch ich könnte mal hilfe gebrauchen okay wir haben alles wir haben alles alles gelootet da ist noch geld so da kann man das haben wir ok da oben ist auch 40 nur noch aber da oben ist helga danke helga we made it out of here now step into the lot ja gut Es geht um zu schnauern! Ich sehe, du hast dich! Ja, look! Slimey Wurf! Hey, Cowboy! Let's see if we can find anything useful here that would get us up this road! Oh, boy! The grenade launcher! Hey, Cowboy! Get the launcher! And I'll carry the whole crash! I think one of the choppers is coming back! Get ready to take him down! I'll be launching off! Okay! The chopper is on fire! We're going to launch our action! Komm, komm, komm! Lass mich weg! Okay. Okay. Bisschen unständlicher. Oder ich stelle mich ein bisschen blöd an. Hey, cover on the wall! Oh, das ist hell egal! Hey, 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 hey! You better get lost, or we blow you out of the sky! Hey, hey, hey! You were injured. Let me fix you up. Hello, stranger. Wanna buy some stuff for your guns? Okay. Fertil, fellow cactus. Das geht jetzt bestimmt zum nächsten über. So, den haben wir da, okay, weil die Pistole brauchen wir jetzt eh nicht. Die Pistole ist zurück. Der Schraub ist zurück. Wir nehmen den Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Ich habe den Schraub. Wir versuchen weiter zu gehen. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist nichts mehr. Wollen wir den noch so? Ja, okay. Okay. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist Zeit für diesen Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist eine Schraube. Let's see if we sleep. Let's see where we actually are and how we can get in to save it. Helga? Okay. Now we got that chopper out of the way. We need to figure out where we are and how we can get to your base. Let's see if we can see anything. There could be something. Okay, that's just fire. Yeah. Zeit will ich gleich nochmal ändern, wenn wir irgendwo sind. Was so viele, ja, so Scharfschützen-Sachen braucht man eh nicht. Wenn die da oben jetzt auf der Brücke gleich kommen, dann würde es eventuell Sinn machen. Aber ansonsten... Da, komm mal. Okay, wir gehen erstmal da hinten hin. Also bisher einfach nur top, das Game. Das macht doch auch Spaß, oder? Haben wir nicht aufgelevelt, noch nicht, aber kann ja noch werden, ne? So, ähm... Pack ich weg. So, okay. Und dann nehmen wir das mal. Okay, komm. Muss noch ein bisschen da hoch. War noch? Okay, da kommt nix. Oh, wo muss ich denn durchziehen? Ach, hier vorne. Okay. Find Leather. Oh. I'll beat you up there, buddy. Come. Oh. Oh. Das macht doch doch wieder Sinn. Das Scope hier. Oh. Aber bisher gefallen mir die Waffen. Macht echt Bock, mit allen zu schießen. Oh. Wie die die kleine Pistole in der Hand halten. Okay. 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 Hinten haben wir Helga gesehen. Dann schauen wir auf jeden Fall wieder auf. Heilung? Komm Helga, mach es! Mach es! Ich lade jetzt einfach mal alles nach. Kann ja nicht schaden, ne? Oh, die leichten Teile haben ihn geschützt. Winner, Winner, Chicken-Dinner! Ja. Red Dot fand ich bisher am besten eigentlich. Das hat mich nicht so gut. Das nimmt einen zu viel vom... vom Field of View weg. Wenn ich hier durchschaue. Nicht in VR-technischer Sicht, sondern in normaler Sicht. Ich bin total nicht sicher, wo wir sind. Ich denke, wir sind verloren. Und was ist in der Ende? Dass es so viele Hände hier sind. Kannst du davon Sinn machen? Guck mal. Das ist ein AK, oder? Helga ist die beste. Die beste sind in der Nähe von uns. Die beste sind in der Nähe von uns. Guck mal, ich weiß, was das dann gibt. Das war's. Sieht gut aus, oder? Die Beine liegen ja da oben. Ich dachte, da wäre noch irgendwas zu holen. Okay. Du siehst. Ich lasse dich zurück. Die Beine endete auf der anderen Seite des Bordens. Wir sind in Wurzeln. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was er gesagt hat. Ich will das Retter. Das hat mir sehr gut gefallen. Komm zurück, wenn du mehr Sachen brauchst. Ach so. Okay, die kann man nicht oben hinpacken. Hier an der Seite. Das geht nur mit den kleineren. Okay. Okay. Okay, müssen wir loslassen. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Oh, da tut einem ja leid. Und wo, und wo? Hab ich. Kann man hier rein? Nee, okay. Komisches Film. Guck mal, ob hier irgendwas zu holen ist. Nee. Schade. Ja. 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 So wir müssen einmal hier rum Da hinten ist nämlich irgendwas Grab Key You know that, right? That seems helpful I wish we had this at the construction site Would have saved some time Goodbye satellite deck Enemy behemoth need to cover Let's walk We will break Echt einiges zu tun hier Spiel soll glaube ich ungefähr neun Stunden Spielzeit haben Dann können wir es mal hier hoch gehen Wo hat der mich getroffen? Hallo Dann kommen wir nochmal hin Kannst du mal kurz heilen von Helga? So warte mal Falls noch irgendwas kommt jetzt Ein Helikopter oder so Das sind wir alle die gleichen Die haben wir alle schon okay I think we need to get to higher ground Let's climb that tower to see if we can get better reception Okay, 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 okay Okay, let's go Okay, dann gehen wir mal hier hoch nochmal Higher ground Meinted at mid Ist ja nicht so, dass wir hier schon mal waren Let's try to reach our people again Let's try to reach our people again Hello, this is a civilian cacti speaking We're trapped on the bug land side of the border breaking through with an enemy vehicle Do you copy? Now I can hear you Now I can hear you I'll let the troops along the road know that you're coming so you have a safe passage We also have a predator drone in your area I'll send it over to assist you Good luck, over Thank you Thank you We'll try to survive and get out of here Over Massive patrol incoming Holy crap We'll leave a young tank's enemy vehicles incoming Let's go Hello, this is predator drone pilot speaking We are engaging the enemies on the road now to get you a clear passage Please stay off the road I repeat Please stay off the road Get your head down, cow bus She is about to get very real Yes Nice air shot Now we got a clear and safe passage Let's get the Watt pickup truck running and the hell out of here Let's get the hell out of here Even the gate is now open Very convenient Das ist jetzt wieder ein Ding. 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 Dad ist weg. Hey Calvin, mein Reise endet hier. Ich bin kein Soldat mehr. Ich bin ein bisschen alt. Aber, check the gunsmith in town. Come pay me a quick visit inside. There is something I want to show you. And I can make you a nice cup of tea. Yes. There is no time for tea woman. We are heading straight into a dire war with the birds here. Calvin, do whatever you like, but come see me, before you leave town. There is a really sweet little Kaktusstadt. Really cool. Also, ich würde sagen, hier beende ich erstmal den normalen Ablauf vom Spiel. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinpacken, was ihr vom Spiel haltet. Soll ich demnächst jetzt nochmal einen Livestream machen? Das war's, gemeinsam zusammen live spielen. Und ja, gerne mal dazu eine kleine Äußerung. Aber ich denke immer, dass ich das Livestream, das passt glaube ich am besten. Und dann, ja, ziehen wir das Ding hier durch. Also bisher, ich bin echt begeistert. Mir macht Spaß. Das hat man natürlich nicht oft. Das ist der erste Teil. Kaktus, Cowboy, Plants at War. Kaktus, Cowboy, Game? Ich habe gehört, es ist wirklich gut. Haha, cool. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Gameplay bis hier gefallen. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Es macht Bock. Und ja, unterstützt den Entwickler hier. Kauft das Game. 14,99 sind echt nicht viel dafür. Und ja, egal ob ihr es bei Steam holen wollt. Für die Quest. Oder für die PSVR 2. Also, mir hat's jetzt hier mit echt Bock gemacht. Und ja, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall nochmal weiter zocken auf meinem Kanal. Das soll nicht das letzte Gameplay sein. Und nicht das letzte Longplay. Jetzt erstmal Daumen rauf auf das Video hier. Abo dalassen, wäre echt nice von euch. Dann unterstützt ihr meine Arbeit damit. Und ja, ich sage einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, sobri at. Untertitelung des ZDF, 2020